2-2-2-Pitch im Marlins Park Laut Steadcast flog der Pitch 432 Fuß bei einer Exit-Velocity von 105 Meilen pro Stunde und einem 29-Grad-Launch-Angle. Die Krönung des Ganzen war ein amtlicher Bartflip, doch das war nicht alles. Der Ball krachte gegen eine Wand, die mit Kacheln bedeckt ist. Und das Spielgerät richtete sichtbaren Schaden an. Ein Kachel angeknackst, ein deutlicher Riss ist zu sehen und ein Stück war herausgebrochen. Abgesehen davon war es Ekunas einen 20. Home Run der Saison, womit er alle Rookies in der MLB anführt. Ekuna gilt als einer der Favoriten auf den Titel des National League Rookies of the Year. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht. Werbung Werbung